Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online hier auf Kadi Gaming. Melodie geht schon wieder schlecht, ich bin so eine schlechte Pferdemami, das gibt's nicht. Ich hab's gestern wieder nicht geschafft mich einzuloggen, es ist zum verrückt werden. Aber ich bin auch zu faul, äh nicht nicht zu faul, ich bin zu geizig auf dem Account Star Coins auszugeben für eine Stallhilfe, vor allem für ein Pferd, hallo? Nein, never ever. Deswegen muss ich dann eher mit den negativen Auswirkungen leben. Warte mal. Ich hab dich aber trotzdem lieb, Süße. Ich bin ja gespannt, ob sie in diesem Aussehen bleibt oder ob sie eine neue Farbe von mir bekommt am kommenden Mittwoch, wenn die Farben gewechselt werden. Wie dem auch sei, werdet ihr sie so oder so noch ein bisschen länger in diesem Modell sehen, als dieses Modell noch existiert, da ich ja immer ein bisschen im Voraus aufnehme. Jetzt zum Beispiel auch gerade schon am Dienstag, also ja fast eine komplette Woche im Voraus. Und entsprechend werdet ihr dieses Modell hier noch ein bisschen länger auf dem Kanal zu sehen bekommen, als es eigentlich da ist. Aber vielleicht bringe ich direkt am Mittwoch dann ein Umändern, wenn ich sie denn umändere. Muss ich mal noch gucken. So, Frau Holtzworth, wir hatten ja hier zwei Aufgaben offen. Einmal die Fugenmasse und einmal hatten wir Kuchen in einen Besen? An die Quest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir machen erstmal das mit der Fugenmasse. Wir kochen also Fugenmasse, um die Brücke zwischen dem Nilmershochland und der Erntefeldprovinz zu reparieren? Es wäre ja schon toll, wenn man wieder zum Jorwegstall reisen könnte. Ich habe hier ein Rezept meiner Großmutter, mit dem man wunderbare Fugenmasse machen kann. In meiner Familie wurde es als Fugenmasse und Brotaufstrich benutzt. Es schmeckt einfach zu gut. Es klebt allerdings sehr stark. Dass es sich um ein Familienrezept handelt, darfst du niemandem davon erzählen. Wir brauchen einige Zutaten für die Masse. Ich habe ein paar der Zutaten zu Hause. Den Rest finden wir draußen in der Natur. Die Pflanzen, die wir benötigen, wachsen alle in Moorland. Okay. Dann sammeln wir die ein, würde ich sagen. Wir können aber auch noch jedes andere annehmen. Wie man einen Kuchen in einen Besen verwandelt. Hallo Tiffany. Warum ich so sauer reinschaue? Ja, du, jemand hat meinen frischgebackenen Kuchen gestohlen. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war sicher diese Ten oder ihre Freundin Loretta. Warum ich das glaube? Ja, vor ein paar Tagen war Ten hier und fragte mich, ob sie ein Stück Kuchen haben könnte. Ich sagte, dass sie gerne ein Stück haben kann und habe sie gebeten, ob sie vorher nicht die Post für mich holen kann. Ich bin doch auch nicht mehr die Schnellste heutzutage. Kannst du dir vorstellen, was sie da gemacht hat? Sie hat die Nase gerümpft und gesagt, dass sie den ganzen Kuchen haben will und ich froh sein solle, wenn überhaupt jemand meinen furchtbaren Kuchen essen möchte. Da habe ich den Besen genommen und dieses freche Mädchen verjagt. Schneller als der Blitz war sie wieder beim Moorlandstall. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verärgert, Tiffany. Und normalerweise werde ich nicht so schnell ärgerlich. Kannst du zu Ten reiten und fragen, ob sie meinen Kuchen gescholen hat? Danke, Tiffany. Das ist sehr lieb von dir. Wenn ich sie frage, reg ich mich nur wieder auf. Und das möchte ich lieber vermeiden. Danke für deine Hilfe, Tiffany. Oh, die arme Frau Holesworth. Oh, guck mal. Fliegende Blumen kommen also in die Fugenmasse. Das wirkt wahrscheinlich den Vögeln vor. Entgegen. Oh, die fliegen nicht mehr. Aber schöne Blümchen sahen die damals auch schon so aus. Spring Flowers. Nicht übersetzt worden. Beziehungsweise schon vom Schwedischen ins Englische. Aber nicht vom Englischen ins Deutsche. Aber das macht ja auch nichts. Spring Flowers sind Frühlingsblumen. So, dann fragen wir jetzt gleich auf dem Rückweg mal noch Ten. Kümmern uns um Melody hart. Das liegt dann ja am Weg. Aber es ist so schön, hier einfach so gemütlich durch Moorland zu äumeln. Wie, Kuchen? Also, ich habe sicher keinen Kuchen von der alten Oma gestohlen. Niemand mag ihren Kuchen. Der ist super eklig. Und da ist sie wieder so giftig und fies drauf. Ich bin kein Dieb, Tiffany. Ich schwöre. Alter, ich schwöre. Da will mir jemand eins auswischen. Sicher Loretta. Warum ich glaube, dass es Loretta ist? Naja, also vor ein paar Tagen habe ich meine super coole Uhr bekommen, die ich bei J-Bay gekauft habe. Super cool. Du verstehst, oder? Natürlich wurde Loretta eifersüchtig. Genau wie ich es mir gedacht habe. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie so tief sinken würde und die Uhr von mir stiehlt. Sie will es nicht mal zugeben. Echt mies. Und jetzt hat sie auch noch den Kuchen von Frau Holtzworth gestohlen, nur weil sie eifersüchtig auf mich ist. Du sprichst mit Loretta, sagst du? Okay, viel Glück, oder wie auch immer. Sag ihr, dass ich meine Uhr wiederhaben will. Ansonsten sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Oha, Ärger im Paradies. Was? Ten behauptet, ich sei ein Dieb? Ich habe überhaupt nichts genommen. Weder diesen ekligen Kuchen, noch diese hässliche Uhr. Hm. Das ist wieder mal typisch. Ten verliert ihre hässliche Uhr und dann verdächtigt sie mich. Warum sollte ich eine so billige hässliche Uhr haben wollen? Wenn ich so ein grauenvolles Teil tragen würde, könnte ich mich ja nicht mehr nach draußen trauen. Also ich weiß echt nicht, was mit der los ist. Und ich habe auch keinen Kuchen gestohlen. Im Ernst, es war schließlich Ten, die ein Stück von Frau Holtzworth Kuchen haben wollte. Sie findet den Kuchen nämlich gut, aber sie traut es sich nicht zu sagen. Aber weil sie nichts bekommen hat, sagt sie nun, dass er eklig sei. Kapierst du? Ten ist so irre. Jetzt bekommt sie auf alle Fälle keinen Kuchen mehr von Frau Holtzworth. Wer dann die Uhr gestohlen hat? Ach, keine Ahnung. Du musst aber auf jeden Fall Jenna sagen, dass ich es nicht war. Im Ernst. Ten erzählt sonst allen, dass ich ein Dieb bin und das kann ich echt nicht gebrauchen. Alle kennen Jenna und wenn sie sagt, dass ich unschuldig bin, dann glauben die Leute ihr das auch. Sagst du ihr das bitte, Tiffany? Danke, Tiffany. Super. Ach, das war das, was so ein bisschen, ähm, was, was diese Quest mit dem, mit dem Hammer auch, ne? So eine Begleitquest quasi, was alles so zusammengehörte. Ein neues Pferd für Majaborg. Wir haben so viel, aber wir machen jetzt erstmal das hier. Hallo Tiffany, wie kann ich dir helfen? Aha, Loretta lässt ausrichten, dass sie weder Frau Holtzworths Kuchen noch Ten's Uhr gestohlen hat. Ich wusste nicht mal, dass diese Sachen verschwunden waren. Wirklich seltsam, findest du nicht auch Tiffany? Da geht etwas vor sich, das mir gar nicht gefällt. Tiffany, komm zurück, wenn du noch mehr von seltsam, wenn du noch von mehr, wenn du noch von mehr seltsamen Dingen hier in Moorland erfährst. Das machen wir auf jeden Fall. Das mit dem Pferd bei Maja machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Kuchen bei Frau, äh, nicht Kuchen bei dem, ach Gott, ich wollte doch Melody noch versorgen. Wir machen jetzt auf jeden Fall fix noch weiter mit der Fugenmasse bei Frau Holtzworth. Ich glaube, dass bei Josh war auch noch eine Quest, die dazugehörte. Gut, Tiffany, das wird super. Ich fange dann mal an. Wie das duftet. Das ist das Gebräu, das gerade in meiner Küche köchelt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Zutaten, dann sind wir fertig. Zuerst brauche ich eine Tonne mit Hafer. Ich brauche nicht alles auf einmal, aber es ist eine große Brücke. Also glaube ich, dass wir recht viel Fugenmasse brauchen. Im Moorlandstall gibt es massenhaft Hafer und Thomas hat gesagt, dass ich so viel haben kann, wie ich will. Reite hin und hole mir eine Tonne mit Hafer. Komm zu mir, wenn du den Hafer hast. Viel Glück. Natürlich, das machen wir doch direkt. So, dann werde ich mich jetzt aber wirklich erstmal um meine arme kleine Melody kümmern. Heieieiei, armes Tier. Hier wird einfach nicht versorgt. Und dann auch noch gegen das Tor gesetzt. Also ganz ehrlich. Katastrophe, was tue ich hier nur? So, einmal absitzen. Oh, jetzt wird sie erstmal sauber gemacht. Arme kleine Schnecke. Oh, ich muss auch dringend noch die restlichen Halloween-Sachen mit ihr sammeln. Weil ich will unbedingt noch diese coole zerrissene Satteldecke haben. Die hat mir echt super gut gefallen. Da brauche ich noch einiges von. So, conditions fulfilled. Warum ist das teilweise auf Englisch? I don't get it. Gut, ich rede ja auch manchmal schon mal auf Englisch. Wie gerade zum Beispiel. Das färbt so ein bisschen ab. Ich habe das letztens schon mal erzählt in der Folge auf Sepp. Ich habe ja viel mit der Sandy zu tun von Nick Roll beziehungsweise Sandy Light. Und die redet auch oft mit englischen Begriffen. Und irgendwie, man gewöhnt sich das dann so ein bisschen auch an, finde ich. Sehr gut, Tiffany. Jetzt haben wir ausreichend Hafer. Jetzt ist der Hafer gut eingekocht und es riecht schon richtig gut. Nun ist es an der Zeit, die wichtigste Zutat hinzuzufügen. Die Klebewurzel. Ohne die Wurzel würde die Masse nicht halten. Klebewurzel ist hier in Moorland sehr verbreitet. Es sollte also nicht schwer für dich sein, sie aufzutreiben. Vor allem die Wurzel ist wichtig und nicht die Pflanze an sich. Die Wurzel kann tief in der Erde sitzen, sei also vorsichtig, dass sie nicht abreißt. Falls die Wurzel doch abreißt, musst du eine neue suchen. Komm zu mir, wenn du genügend gesammelt hast, sodass wir mit der Fugenmasse weitermachen können. Okay, Klebewurzeln sammeln. Die gute, leckere Bio-Fugenmasse, die sehen immer noch aus wie dieseln. Hoppala. Funktioniert das jetzt hier, dass ich automatisch absteige? Ach, ich muss gar nicht absteigen, ich kann vom Pferd aus graben. Das ist praktisch. So. Noch eine Wurzel, da ist auch noch eine. So. Und da glitts jetzt doch auch noch. Wunderbar. Aber war das früher, war das früher eine Daily? War das nicht früher eine normale Quest? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so lange her. So, vier von acht, fünf von acht. Dann drehen wir jetzt mal nach links ab. Ist ja auch noch was, hier sehe ich gerade nichts, aber da hinten links glitzert es noch. So. Sechs von acht fehlen uns noch zwei. Wahrscheinlich wäre ich da hinten schneller gewesen, aber egal. Da ist auch noch eine. Da ist hinten. Wisst ihr was, wir nehmen erstmal hier die. Vielleicht ist ja auch noch eine direkt in der Nähe eine weitere, dann machen wir keinen Umweg. Oder, aber ich muss jetzt gerade einen Umweg machen. Glue Root, also die Klebewurzel. Also, seit wann ist das denn so, dass das irgendwie nicht so richtig komplett übersetzt wurde? Also, ich meine, das ist ja nicht tragisch. Aber das sind so Sachen, die einem halt gar nicht mehr wirklich auffallen, weil man schon so ziemlich alle Quests durch hat. Ähm, dann fällt einem das so gar nicht auf. Ja. Gute kleine Melodie. Feine. So. Nicht schlecht, Tiffany. Das wird die Fugenmasse perfekt machen. Warte, ich mische alles zusammen. Super, perfekt. Das wird die Brücke fest zusammenhalten. Und das reicht auch noch für ein Butterbrot. Hier ist ein Fass mit Fugenmasse, das du für die Brücke benutzen kannst, Tiffany. Komm morgen wieder, wenn du mehr brauchst. Falls du nicht länger warten willst, kannst du auch fertige Fugenmasse bei Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle kaufen. Lass dir aber gesagt sein, dass diese Fugenmasse bestimmt nicht biologisch ist. Ich esse jetzt erstmal mein Butterbrot. Nom, nom, nom. Okay, a use call king here. Interessant. Also wenn es jetzt auf Schwedisch wäre, das hätte ich ja noch verstanden, ne? Weil das Spiel ist ja ursprünglich, ähm, kommt es ja aus Schweden. Aber ich finde es interessant, dass es in Deutschland in der englischen Übersetzung ist. Also auch nicht in der Originalfassung, sondern auch in der englischen Fassung. Das ist echt interessant. Lustig. Ja, ich überlege übrigens auch immer noch, ob ich mir, ähm, ein, 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 ein Pony jetzt schon kaufe. Ähm, da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Denn ich wollte ja eben Melody Heart noch nicht so richtig krass leveln. Und wie war denn der Schatten da eben? Ich wollte ja noch nicht so richtig krass leveln, damit mir das nicht alles verloren geht. Ähm, in, in Bezug auf, auf die Droidenquests. Es ist echt super, dass ihr mich darauf nochmal hingewiesen habt. Gut, ansonsten hätte ich jetzt weiterhin fleißig jeden Tag die Rennen gemacht. Und dann wäre sie jetzt wahrscheinlich schon Level 10 oder so. Und hätte nur noch 5 Level vor sich. Also sehr, sehr gut, dass ihr mich da nochmal drauf hingewiesen habt. Sehr praktisch. Dankeschön an der Stelle nochmal. Ähm, ja, und ich überlege jetzt, ob ich mir ein Pony kaufen soll. Oder ob ich erstmal auf was anderes spare. Bin ich noch so ein bisschen unentschlossen. So, der letzte Teil der Reparatur. Das hat ja prima geklappt. Es bleibt nur noch ein kleiner Teil übrig, dann sind wir fertig. Los, Tiffany, zusammen schaffen wir das. Schon bald kannst du über die Brücke durch das Grüntal an der Küste entlang nach Jallerheim und zum Jorvik-Stall reiten. Zuerst müssen wir die Stelle markieren, an der das Fundament stehen soll. Nimm diese Stöcke und stecke sie dort in den Boden, wo das Fundament später sein soll. Dann erst können wir uns um die Drähte kümmern, die die Brücke oben halten. Zur Zeit ist alles noch zu instabil. Wenn das Fundament fertig ist, können wir die Drähte zwischen den Pfeilen und dem Fundament spannen. Okay, ja, das können wir auch noch machen. Ich stelle da gerade Melodie hier ab. Mich haben jetzt übrigens schon einige gefragt, ob ich mir das Führen noch kaufen werde auf diesem Account. Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich das mache. Weil das Führen brauche ich ja eigentlich gar nicht so mega oft. Vielleicht schon noch irgendwann, weil ich ja... Wenn ich mir hier ein Pferd kaufe... Ja, obwohl eigentlich brauche ich das auch gar nicht unbedingt. Zumindest nicht bei den Pferden, die ich schon mal auf Dina Sunfield gekauft habe, brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich nicht unbedingt nochmal ein Kaufvideo in dem Sinn zu machen. Seht mal, wir sind schon relativ weit mit der Brücke mittlerweile. Sind schon ganz gut vorangekommen, vorwärtsgekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, zack. Gut, dann können wir jetzt hinten die Quest noch abgeben bei ihm. Dass wir hier diese kleinen Stöcke platziert haben. Das machen wir jetzt noch. Und dann wird das doch hier langsam aber sicher alles. Ja, allerdings nicht mehr heute. Oh, das sieht aber auch anders aus als früher, oder? Oder sah das früher auch schon so aus? Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute von euch. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr müsst nicht lange warten, denn morgen kommt ja schon die nächste Folge Star Stable Online hier auf Cardi Gaming. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar und ein Like freuen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.